Keine Bindung, keine Leidenschaft, keine Kreativität. Das sollen angeblich laut Aussage des CEOs von L'Oreal, Nicolas Ironimus, angeblich Remote Worker haben. Und einige werden jetzt sagen, naja, hat er ja vielleicht bei einem Kaffee mal gesagt. Nein, das Ganze ist auf offiziellen Plattformen wie Yahoo Finance und diversen anderen Publikationen entsprechend auch zu sehen. Und deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn CEOs offensichtlich in diesem Fall, und das ist zumindest in den Raum gestellt, erstmal faktenfreie Äußerungen treffen. Ist es komplett falsch, teilweise falsch? Wie sieht es aus, wenn wir auf der höchsten Führungsebene Aussagen haben, wo wir sagen, wir sind uns nicht sicher, ob das mit der Faktenlage einhergeht? Also wichtig erstmal, wenn jemand sagt, keine Bindung, keine Leidenschaft, keine Kreativität, ist ein ziemlich scharfes Urteil gegenüber Remote Worker. Es sorgt sofort für eine große Kontroverse, die ja immer wieder im Bereich Remote Work aufkommt. Und diese Kontroverse geht bis weit außerhalb des Konzerns. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wie sieht eigentlich die Realität aus? Das Erste, wir gehen das jetzt mal wirklich Schritt für Schritt durch. Keine Bindung haben Mitarbeitende, keine Bindung, sobald sie Remote Work arbeiten. Also erstmal, die korrekte Seite davon ist, wenn kein Konzept vorhanden ist, dann kann das durchaus der Fall sein. Also wenn sie wirklich sagen, alle gehen mal einfach jetzt Remote und arbeiten von zu Hause, sie haben ja einen Computer und loggen sich irgendwo mal auf Zoom oder Teams ein und sonst wie immer, dann kann es sein, dass keine Bindung mehr vorherrscht. Dann kann es sein, dass ihr Team sehr schnell in die Bestandteile zerfällt. Und sie haben im Endeffekt nachher, im Endeffekt Menschen, die fast wie Freelancer, fast wie Freiberufliche für sie arbeiten. Mal für die eine, mal für die andere Firma, mal mehr oder weniger engagiert. Wobei meistens gerade Freelancer, wenn sie gut sind, entsprechend sehr engagiert sind. Tatsache aber ist ja, wenn es kein Konzept gibt, dann kann das sein, dass jemand keine Bindung mehr hat. Einfach mal Remote gehen genügt halt nicht. Jetzt kann man ja aber ebenso sagen, also wenn jemand verantwortlich ist, ob ein Konzept vorhanden oder nicht, dann C-Level. Also als CEO zu sagen, Leute haben keine Bindung, dann ist eventuell mal so ein Katalog von Fragen angesagt. Also wie sieht es überhaupt aus? Wie war das Konzept? Wie sind sie remote gegangen? Ist das strukturiert passiert? Nach der Pandemie hatte man nun genug Zeit. Bieten sie Flex-Time an? Das heißt also, Leute können zu verschiedenen Zeiten arbeiten, dann muss das berücksichtigt werden. Bieten sie Flex-Office an? Das heißt, Leute können bestimmte Tage ins Büro kommen, aber haben keinen festen Arbeitsplatz mehr, sondern gehen an verschiedene Arbeitsplätze. Also wenn das der Fall ist, wie gehen sie damit um? Also auch das muss organisiert werden. Einfach zu sagen, wir haben hier eine App und ihr bucht euch mal auf die Arbeitsplätze ein, das genügt eben nicht. Wenn sie jetzt sagen, wir haben noch Flex-Workspace, wir haben also eventuell das an ganz verschiedenen Standorten, dann ist das ebenso mit zu organisieren und kann nicht mit, wird schon über eine App geregelt, irgendwie abgehandelt werden. Was ist mit Konzepten wie Work from Home? Wie oft kann von zu Hause gearbeitet werden? Bis zu 100% oder weniger? An welchen Tagen? Wie wird das geregelt? Eigenentscheidung, Teamentscheidung? Gibt es Apps? Gibt es irgendwelche öffentlichen Pläne, verschlossene Pläne, vertrauliche Pläne? Weil einfach nur sagen, gehen sie mal remote, funktioniert nicht. Und eben Work from Anywhere. Wenn Leute sagen, man kann eventuell sogar außerhalb des Landes arbeiten oder von ganz woanders, dann brauche ich auch dafür ein Konzept. Also Tatsache ist, dieses keine Bindung, da gibt es ja nun einen ganz klaren wissenschaftlichen Beleg dagegen, erstmal von Professor Cedal Neely, Harvard University, die auch das hervorragende Buch geschrieben hat, Remote Work Revolution, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt also einen von der Harvard University erstellten Beleg, dass Remote Work funktioniert. Wenn also C-Level, die höchste Führungsebene, sagt, es gibt keine Bindung, dann ist ein bisschen Selbstreflexion mal angefragt, die hier scheinbar zumindest von der Aussage her nicht übermäßig ausgeprägt war. Aber wenn wir jetzt weitermachen, weil das war ja nur ein Punkt, keine Bindung, der nächste Punkt ist ja keine Leidenschaft. Und jetzt ist erstmal eins wichtig bei der Leidenschaft, da müssen Sie schauen, das hat ja auch was mit Menschenbild zu tun. Es gibt die sogenannte XY-Theorie von Douglas MacGregor. X müssen Sie sich vorstellen, wenn jemand die Arme verschränkt vor dem Körper hat und Y, wenn die Arme offen vor dem Körper sind, spricht Leute an, die entweder von sich aus motiviert sind oder nicht motiviert sind. Und die Frage ist ja immer, wie sehen Sie eigentlich Menschen? Denken Sie, dass Menschen eigentlich keine Lust zur Arbeit haben und man muss die immer antreiben und ohne Grund würde keiner mehr arbeiten gehen? Oder glauben Sie, dass Menschen von sich aus motiviert sind, gerne auch arbeiten, dass wenn die das nicht mehr sind, wir sie quasi demotiviert haben? Hier eine kurze Info in die aktuellen Forschungsstände. Menschen an sich wollen erstmal arbeiten. Das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Das würde den Rahmen hier sprengen. In gewissen Berufsbildern, wo die Umstände sehr schlecht sind, sehr körperlich fordern, die Bezahlung trotzdem sehr schlecht. Vielleicht ist das nicht mehr ganz der Fall. Da geht es nachher um reine Überlebenssicherung. Und darauf müssen Sie auch schauen, ob Ihre Gehaltsstrukturen zum Beispiel immer noch der Zeit entsprechend sind und ob Sie, das ist ja so die Mindestanforderung, wenn man sagt, Leute haben bei Ihnen mal angefangen, dann rechnen Sie mal nur die Inflation aus, haben Sie das entsprechend gedeckt. Bei den meisten Firmen kommt da bereits ein Nein raus. Und dann kann man sich eben auch nicht wundern, wenn die halt sagen, es gibt eine Inflation aufs Einkommen, nach dem Motto, ist halt so, leben Sie damit. Mit, dann ist diese Inflation auch auf die Motivation anwendbar. Die wird dann immer ein bisschen weniger. Leben Sie damit. Und das möchte man ja plötzlich doch nicht mehr. Das Grundprinzip hier ist Reziprozität. Kümmern sich Unternehmen um die Mitarbeitenden, kümmern sich auch die Mitarbeitenden um das Unternehmen. Das ist in den allermeisten Fällen so. Jeder kennt jetzt zweieinhalb Fälle, wo man Leute sich daneben genommen haben. Das können wir aber nicht massenhaft generalisieren. Die Frage ist immer, welche Benefits bieten Sie Ihren Mitarbeitenden? Denn wenn Sie da jede Menge bieten, dann wird das meistens auch ein positives Echo geben. Klar ist aber eben so, schlechte Führung sorgt für eine schlechte Antwort darauf. Also wenn Sie schlechte Führungskräfte haben, dann müssen Sie damit rechnen, dass die Leute nicht übermäßig motiviert sind, zur Arbeit zu gehen. Menschen verlassen immer noch andere Menschen. Meistens aufgrund von Führungskräfteverhalten verlassen Menschen immer noch das Unternehmen. Menschen verlassen Menschen. Menschen verlassen in den seltensten Fällen Organisationen. Was Sie nicht machen können, ist Leidenschaft einfordern. Leidenschaft kann nicht eingefordert werden. Leidenschaft bei der Arbeit ist etwas, was passiert, weil sie sehr gut geführt werden. Ich spreche auch aus meiner Angestelltenzeit noch aus Erfahrung, dass ich manche Führungskräfte erlebt habe. Da war ich sehr motiviert. Und andere Führungskräfte, da habe ich wirklich gesagt, ich bin heute hier, weil ich hier entsprechend bezahlt werde. Und auch nur deswegen. Also der zweite Punkt, keine Leidenschaft. Das ist so auf jeden Fall nicht haltbar. Pauschal zu sagen, Leute, die remote arbeiten, haben keine Leidenschaft, ist schlichtweg so als pauschale Aussage falsch. Denn zu sagen, meine Leidenschaft besteht darin, jeden Morgen ins Büro zu fahren. Stellen Sie sich mal vor, jemand würde im Vorstellungsgespräch sagen, ich arbeite leidenschaftlich. Und Sie fragen, wie definieren Sie denn leidenschaftliches Arbeiten? Dann sagen die Leute, ja, ich komme jeden Morgen ins Büro. Dann würden Sie sagen, das hat mit Leidenschaft wenig zu tun. Eben. Deswegen, also diese Aussage ist auf jeden Fall nicht so nicht haltbar. Der dritte Punkt, da gesagt wurde, keine Kreativität. Nachweislich. Und da gibt es mittlerweile eine steigende Anzahl von wissenschaftlichen Belegen. Kreativität ist schlechter, wenn Sie alleine zu Hause rumsitzen. Und übrigens das Spannende ist, wenn die wissenschaftlichen Belege zunehmen, da ist in dem Fall sogar die Praxis dem bereits vorausgekommen. Also bei einem meiner eigenen Kunden war es so, das war eine Modefirma und ist eine Modefirma. Und die Designer, die Menschen, die im Design gearbeitet haben, waren die Ersten, die gesagt haben, ich möchte wieder in die Organisation gehen. Ich möchte wieder andere Menschen treffen. Meine Kreativität funktioniert deutlich weniger, wenn ich nur an meiner Bude sitzen darf. Also da ist das genaue Gegenteil der Fall. Aber klar ist, die Aussage von Hieronymus hier ist tatsächlich richtig. Kreativität ist weniger, wenn Sie immer nur alleine von zu Hause aus arbeiten. Jetzt kann auch hier sein, dass Sie sagen, ja Mensch, wir haben eins, zwei Leute, die können das trotzdem, wunderbar. Dann seien Sie froh drüber. Tatsache ist auch, es geht nicht nur um andere Menschen treffen. Es geht auch darum, wie viel sehen Sie eigentlich außerhalb immer derselben Menschen und derselben vier Wände. Es kann sein, dass Sie Leute haben, die arbeiten remote, bereisen über die gesamte Welt. Glauben Sie mir, diese Menschen werden kreativ sein, weil Kreativität durch so etwas wie Reisen massiv gefördert wird, wissenschaftlich belegt. Wenn die Leute nicht wollen, ins Büro zurückzugehen, obwohl sie eine kreative Rolle haben, auch hier mal, einfach mal sich fragen, woran das denn liegt. Und meistens werden Sie relativ schnell eine Antwort bekommen, wo das Wort Führung drin vorkommt. Das heißt, wenn wir jetzt mal schauen, wie ist der Umgang damit. Also wir haben hier eine Aussage. Die Aussage war, no attachment, no passion, no creativity, keine Bindung, keine Leidenschaft, keine Kreativität. Bei dem Thema keine Bindung, da kann man nicht sagen, dass die Aussage komplett falsch ist. Man kann aber auch nicht sagen, dass die komplett richtig ist. Da haben wir gesehen, wir brauchen die Konzepte. Daran hängt es. Aber als CEO sollte man in der Lage sein, solche Konzepte zu bieten. Natürlich kann er auch sagen, L'Oreal bietet kein Remote Work mehr an. Dann kann ich Ihnen sagen, müssen Sie talentseitig aber eine kräftige Schippe in anderen Seiten drauflegen. Denn die meisten Leute lassen sich heute zu Recht nicht mehr bieten, aus einfach nur, ich will, dass du ins Büro kommst, ins Büro peitschen zu lassen. Das lassen sich die meisten Leute heute zu Recht nicht mehr bieten. Der zweite Punkt, der erste Punkt, keine Bindung, da kann man sagen, das ist so nicht ganz richtig, nicht ganz falsch. Der zweite Punkt, keine Leidenschaft. Das ist einfach schlichtweg falsch. Die Leidenschaft entsteht durch sehr gute Führungen und zahlreiche Umgebungsvariablen zu sagen, Remote Worker haben keine Leidenschaft. Das ist einfach kompletter Unsinn, das so pauschal darzustellen. Der zweite Teil ist definitiv falsch. Der dritte Teil, keine Kreativität. Das ist in der Tat richtig. Und deswegen, wenn tatsächlich Kreativität gefordert wird, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren, aber Menschen, die nur Remote arbeiten und nur alleine zu Hause sitzen, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger kreativ. Das heißt, wir haben hier drei Aussagen. Wir haben keine Bindung, das ist so ein bisschen teils richtig, teils falsch, die von mir beleuchtet. Keine Leidenschaft, das ist geradeaus falsch als Aussage, kann man ganz klar sagen. Und keine Kreativität, das ist geradeaus richtig. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Denn die Frage ist ja immer, wie gehen wir um damit, wenn C-Level, die höchste Führungsebene, faktenfreie Äußerung trifft oder sehr viel Meinung dabei ist, nennen wir es mal einfach so. Punkt eins, das ist immer der erste Schritt. Sie zerlegen die Aussage in Ihre Bestandteile. Denn Sie können halt bei so einer Aussage wie, es gibt keine Bindung, keine Leidenschaft, keine Kreativität, können Sie halt nicht sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Denn so ist es nicht. Wir haben hier, wie gerade beleuchtet und eben auch hier geschildert, verschiedene Bestandteile. Schritt eins, immer zerlegen Sie die Aussage in Ihre Bestandteile. Punkt zwei, dann müssen Sie die faktischen Aussagen ganz klar benennen und Ihre Ableitung davon darstellen. Das habe ich hier heute auch gemacht, welche Ableitung aus diesen Aussagen passiert. Und dann Punkt drei, müssen Sie den wissenschaftlichen Stand zur Sache klar benennen. Und wenn Sie das nicht können, dann müssen Sie Recherche betreiben. Was nichts bringt, ist einer Führungskraft zu sagen, Sie haben diese Meinung, ich habe hier was für Sie, nämlich meine Meinung. Dann wird es ein bisschen hin und her gehen, niemand bringt irgendwas wissenschaftliches rein, keiner hat die Faktenlage, keiner will die Faktenlage haben und am Ende wird entschieden, wer in der Hierarchie höher ist. Und das ist halt meistens eben dann C-Level. Heißt im Klartext, Sie müssen genau schauen, wenn Sie solche C-Level, die höchsten Führungsebenen-Aussagen haben, wie Sie das runterbrechen, welche Ableitungen Sie haben und was der wissenschaftliche Stand dazu ist. Denn oft machen Führungskräfte mehrere Aussagen und mit der Komplexität müssen Sie entsprechend umgehen. Und natürlich auch schildern, welche Konsequenzen von solchen Aussagen passieren. Denn eins ist klar, bei dem, was jetzt gerade auch hier online passiert, ein Image-Bonus hat L'Oreal damit mit Sicherheit nicht bekommen und kann jetzt daran arbeiten, mit Kommunikation und welchen Abteilungen die sollten ansonsten noch haben, das entsprechend wieder zu reparieren. Und da möchten Sie mit Sicherheit in Ihrer Organisation einen besseren Umgang haben und jetzt haben Sie alle Werkzeuge dazu. Natürlich kann es jetzt sein, dass Sie sagen, Mensch, da ist aber noch ein paar Themen. Ja, gerne. Kontaktieren Sie mich jederzeit gerne. Meine E-Mail-Adresse finden Sie unten in den Shownotes vom Podcast nb-networks.com. Ich habe auch unten nochmal mein LinkedIn-Profil entsprechend dann dort vermerkt. Sie können mich gerne jederzeit per Mail anschreiben oder auf LinkedIn gerne auch vernetzen, gerne direkt vernetzen. Sie müssen da nicht Follow oder Ähnliches machen. Wenn Sie sagen, Sie haben was sehr Konkretes, Sie brauchen Seminare, Vorträge, Coachings, können Sie es auch gerne darüber machen. Sie können aber auch einfach gerne mir Ihre Sichtweise oder Ihre Fragen schreiben und dann unterhalten und entsprechend darüber kostet Sie keinen Cent. Das Zweite, was ich immer empfehle, ist, melden Sie sich an für unseren Leadership Letter aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben auch Live Sessions und diese Live Sessions, die kommunizieren wir immer über den Leadership Letter. Der Leadership Letter ist jeden Mittwochmorgen erhalten Sie den und dann erhalten Sie nur eine einzige E-Mail pro Woche, nämlich am Mittwochmorgen. 100% Inhalt garantiert werbefrei. Da ist auch der Zugang drin für die Live Sessions, die wir auf Deutsch und Englisch verfügbar haben, mindestens jeweils einmal im Monat. Wenn Sie gehen auf expert.nb-networks.com, dann können Sie da entsprechend Ihre E-Mail-Adresse eintragen und dann geht's los. Auch das vermerke ich noch mal unten hier in den Shownotes von dem Podcast. Der dritte Punkt ist aber der wichtigste und deswegen auch der, den ich immer wieder betone. Anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie gehört haben. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie hören, werden Sie auch die positiven Aspekte sehen, die Sie in Ihrer Organisation haben möchten. Dabei wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und für diese Woche erst einmal vielen Dank für Ihre Zeit. und für die E-Mail-Adresse und für die E-Mail-Adresse, Vielen Dank.